Also, das Vegan ist ja unheimlich kompliziert. Und ist es nicht doch eher ungesund? Der Korb erzählt uns nicht nur das, was wirklich Sache ist. Er belügt uns häufig. Künstler Stefan Stark und WDR-Moderatorin Simone Sambecki, zwei befreundete Veganer, gehen auf Recherche-Tour. Seit Jahren essen sie nichts von Tier, weder Fleisch, rohlich Milch, Ei. Werden dafür bewundert, müssen sich aber auch auf Rechtheit hin. Denn Vegan ist ein Esstrend zwischen Kult, Kritik und Vorurteilung. Heute wollen Simon und Stefan es sich gut gehen lassen und richtig schämen. Das vegane Kaffee Senior Verde ist der beste Ort dafür. Latte Macchiato geht ohne Latte? Wie das denn? Erik nimmt einfach einen Sojertrink und natürlich fair gehandelten Kaffee. Man könnte sagen, Soja wird man nicht aufsteuern. Vordergeschmack auch ohne Milch. Gutes Gewissen inklusive. Nur echt mit Menschbar. Zulanzige Zutaten können tierische Locker ersetzen. Nichts ist unmöglich. Was ist denn eigentlich mit Kuchen? Wollt ihr kuchen? Ja, Kuchen. Alles da, frisch gebacken. Was gibt das? Wie wäre es mit Himbeer-Cupcake und Erdnuss-Creme-Torte? Keine Milch, keine Butter, keine Eier, trotzdem lecker. Vegan genießen. Das ist kein Widerspruch. Beim WDR treffen Sie die Servicezeit-Ernährungsexpertin Anja Thanas. Den veganen Esstrend findet sie sehr spannend. Und wo kommt ihr gerade her? Wir waren richtig lecker Schlemmen. Creme-Torten, Cupcakes. Ich finde es total irre, dass mittlerweile vegane Restaurants hier eröffnen, was in den Supermärkten immer mehr vegane Produkte sind. Und ich habe auch so eine Studie aktuell auf dem Schreibtisch liegen, dass die neuen Veganer irgendwie alle an Spaß orientiert sind, an Genuss, an Fitness und so. Andererseits, wo jetzt so ein Trend so groß wird, werden natürlich auch die Kritiker laut. Und schreibt, liegt ihr euch damit? Ich glaube, wir sollten uns mal ein bisschen schlau machen. Ich kann mich mit dem Thema Gesundheit mal auseinandersetzen, mal so einen Check-up am Arzt machen lassen. Und weißt du, was wir mal versuchen sollten? Ob wir nicht den Mann vor die Kamera kriegen, der, ich sag mal, die vegane Ernährung so in der Mitte der Gesellschaft gerückt hat. Ach, da sieht man. Das finde ich super spannend. Und auch der veganen Ökobilanz und den Einkaufsfallen wollen sie auf den Grund gehen und dann beim nächsten Treffen berichten. Zum veganen Grunch den Duma. Was? Ich werde es versuchen. Los geht die Recherchereise. Erste Station von Simone ist Berlin. In Friedrichshain gibt es den veganen Einkaufstempel Veganz, den muss sie sehen. Die Kette hat zurzeit sechs Filialen deutschlandweit. Ein Eldorado für Pflanzenfestler. Hier können sie ohne nachzudenken zuschlagen. Für Neubilden wirkt es sozusagen im Ausland. Denn die wenigsten Verpackungen kommen einem vertraut vor. Eine ganz andere, eben vegane Welt. Rund 80% der Produkte sind bio. Die Moderatorin ist verabredet mit Jan Bredak, dem Geschäftsführer der Veganzkette. Die Moderatorin ist ein